Eine 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Hagen-Alpe. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Dachgeschoss-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 62 m². Die Gesamtmiete dieser Dachgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 430 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020